Was geht YouTube? Herzlich willkommen zur neuesten Folge von meinem Lego Display und oh mein Gott, ihr seht, ich habe so einen kleinen Mechaniker-Outfit an, weil es gibt jetzt Autos, ich habe mich noch gar nicht gespoilern lassen, es gibt so viele neue Sachen, aber neue Dynamic Foundations, hier, oh mein Gott, Power Centers, kann ich damit auch andere Sachen bauen, hier, es gibt Autoteile, ganz viele, und wo sind die, hier, Builds, hier, oh mein Gott, das hier wird als erstes gebaut, und den Radlaster so irgendwann mal später, Vehicle Parts, ich könnte theoretisch hier ne, äh, ne, ne Werkstatt noch dazu bauen, oh man, ist das geil, dazu gibt es jetzt auch neue Treppen, uh, guck mal, das sieht nicht schlecht aus, es gibt neue Stühle, auf denen man höchstwahrscheinlich nicht auch sitzen kann, und Dekoration, ah ja, okay, das ist was anderes, so, und dann können wir jetzt da rüber gehen, kurz Materialien einsammeln, und dann bauen wir uns unser erstes eigenes Auto, jetzt habe ich aber wieder vergessen, was ich dafür gebraucht habe, brauche jetzt als allererstes Wooden Rod, damit ich wenigstens die Blaupause mal platzieren kann, bin mir nicht sicher, ob ich mit dem, äh, durch das Tor hier durchfahren kann, deswegen, stelle ich mir den hier hin, Oh, 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 okay, 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 Freunde, seid ihr hyped, ich bin nämlich mega hyped, ich finde das so geil, ich habe mir so lange jetzt schon die Auto, ein Auto hier in Fortnite gewünscht, deswegen, warum wird es mir noch nicht, ach, ich habe, oh, okay, ich brauche Flexwood für den, au, au, das ist schlecht, Ich weiß gar nicht, wie viel Flexwood ich habe, warte, ich gucke mal, ah, warte, wie viel brauche ich denn, äh, insgesamt für den, more info, muss ich drücken, also, ich brauche 16 Flexwood, Planks brauche ich auch, Flexwood Rods, Glas, zwei Scheiben, Oh je, das ist schlecht, das ist, äh, schlecht, ich habe kein Glas, glaube ich, das heißt, ich muss so oder so jetzt erstmal in die Wüste düsen, und Flexwood habe ich auch keins mehr, oder bin ich blöd, blind, würde ich eigentlich sagen, aber, Eins habe ich, oh mein Gott, wie reich ich doch bin, ah, ne, hier ist, ja, okay, ich habe hier genug, 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 Flexwood Rods, aber ich habe kein Glas, oh, guck mal, mit diesen zwei Glas kann ich dann gleich kein Auto fahren, oder was, Ist das nervig, äh, was fehlt mir hier, Planks und Kord, also, ich würde auf jeden Fall sagen, wir bauen so weit, wie es geht, danach gehen wir mal ganz kurz rüber in die Wüste, Planks und Kord hat mir gefehlt, habe ich zufällig noch Kord, ein Kord habe ich noch, ich glaube, ich habe zwei gebraucht, hier, ich habe nochmal zwei, wie viel habe ich insgesamt gebraucht, ein Kord, weil vielleicht reicht es mir dann so oder so nicht, alt, ich brauche, ach, ne, das wird nichts, Planks kann ich mir jetzt hier genug rausholen, oh, Kompost bin habe ich jetzt, okay, Okay, das ist nochmal was Neues, take organized material to turn into fellister soil or biomass, und dieses biomass ist bestimmtes Benzin, was wir später brauchen, das bedeutet, wir können jetzt so oder so, komme was wolle, wir müssen in die Wüste gehen, habe ich eine Schaufel dabei, und da kann ich auch Sand direkt mitnehmen, beziehungsweise ich muss ja Sand mitnehmen, damit ich mir Glas machen kann, oh mein Gott, Freunde, aber ich habe übel Bock, wir fliegen jetzt ganz, ganz schnell in die Wüste, also wirklich, ohne irgendwas lange zu machen, Ich will heute noch Auto fahren können, so, wie geht es denn hier in meinem Flugzeug eigentlich, ich war hier schon so lange nicht mehr, ich habe das Dorf jetzt auch allgemein schon super lange nicht mehr verlassen, Oh, Junge, wie eine Eins bin ich hier drumherum, hei, ei, ei, auf in die Wüste, ja, vielleicht, vielleicht kommt ja auch bald, äh, Flugzeug dazu, dann kann ich den Käse hier endlich mal wieder wegwerfen, oder zumindest ein gescheites Lenksystem, weil das, was ich mir hier ausgedacht habe, beziehungsweise was wir uns hier ausgedacht haben, ist ja wirklich, äh, nichts Halbes und nichts Ganzes, würde ich mal so behaupten, ne, 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 Junge, ich muss echt zum Therapeuten, Mann, ich muss damit aufhören, Soll das Schnee auf dem Baum sein, oder? Das ist gerade nicht passiert, Mann, wieso habe ich denn eigentlich so, wieso bin ich so behindert, ey? Problem ist, die Materialien sind nach ganz unten gefallen, ja, wir fliegen weiter, nice, okay, Sand, 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 ich glaube, ich habe sogar vor kurzem mal Sand eingesammelt, irgendwie habe ich so das Gefühl, Ich habe schon mal Sand mitgenommen, vielleicht hätte ich gar nicht hierher kommen müssen, ich habe so das dumpfe Gefühl, ich habe schon Sand geholt, ja, jetzt sind wir schon hier, es muss doch eine leichtere Methode geben, um an Weins ranzukommen, ey, boah, das dauert halt auch ewig, So, da ist er tot, dann können wir auch direkt wieder weiter sammeln, na gut, also es geht wieder Oh, Freunde, ist das geil, Mann, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt noch mehr Autos, aber ich habe sie einfach noch nicht freigeschalten, Gibt es zufällig jetzt auch das neue, neues Inventar, neues, neues Biom, oder was? Ach, Junge Oh, ich denke mir noch, was denn hier los Das ist doch nicht dein Ernst, Mann, ich wollte es runtertreten, dann hat es scheiß gebackt und jetzt bin ich runtergefallen Oh, jetzt warte mal, wo waren nochmal, wo sind die Materialien liegen, also gelandet, oder sind die schon despawned? Ich glaube eher, dass die Sachen despawned sind Ach, Mann, alles spielt gegen mich, ich will doch nur auf mein Flugzeug, Mann, um nach Hause zu kommen für mein Auto, ist das zu viel verlangt, oder was? Ich heule gleich Ich muss eigentlich nur zumindest in die Nähe kommen, um dann gleich grebeln zu können, aber ich bin hoch genug, ich kann da einfach drauf liegen Oh, ne, willst du mir kommen, was ist noch so, der zeigt mir nicht an, wo mein Ja, ich hatte schon Sand Damp nochmal, ey Okay, dann Oh, ne, ich brauche ja gerade diese zwei Stück los Ich habe ja nur zwei Oh, Mann, ey Ne, warte mal, ich brauche für ein Glas zwei Sand, okay Jetzt warten wir kurz auf den Sand Äh, auf den Sand Ja, im Grunde, ja, stimmt das ja trotzdem Wir warten kurz auf das Glas Ah, jetzt ausweichen Und auf den Kord Ich habe so viel Materialien, äh, so viel Hier Weins mitgenommen dieses Mal Er ist verrückt, er ist verrückt, er ist verrückt Wenn ich so will, er ist verrückt Hier, das Fertigsglas Ja, damit Dann können wir schon mal weiterbauen, auf jeden Fall ein bisschen Tag, hier drauf Äh, jetzt habe ich keinen Stein Ich habe für die ganze Für die Treppe habe ich mein komplettes Stein aufgebraucht, damit ich wieder auf mein Flugzeug komme Jetzt habe ich aber keinen Stein mehr Ja, es ist halt einfach verrückt So, jetzt Jetzt aber, jetzt aber Jawohl Und hier Zack, okay Ach, guck mal, zum Zum Rückwärtsfahren musste ich rausgehen und die drehen Ui, Freunde Wir haben ein Auto F Wir können nicht fahren Ich hab, ich kann nicht fahren Ich muss halt wirklich den hier jetzt erstmal machen Okay, ich habe ja hier Tiere Ach, wow Die Tiere, die spawnen einfach im Käfig Ey, Epic Mach doch nicht diesen Den stellen wir hier rein Hier ist genug Platz Hat nichts mit Essen zu tun Knochen kann ich da reinschmeißen Halleluja Oh mein Gott Es gibt wieder einen Sinn Die Knochen einzusammeln Kann aus Knochen jetzt Benzin machen Ey, oh ja Fühlt sich das gut an Ihr habt wirklich Ey, W, Epic W, Epic W, Epic Boah, aber das dauert ja Unnormal Wie soll ich denn jetzt hier so Auf die Schnelle an Benzin Dann rankommen Gut, aber dann Muss man auch wieder dazu sagen Dafür habe ich ja dann Hier Aber wer weiß Vielleicht bekomme ich jetzt Noch nicht einmal Benzin raus Mit dem, was ich hier reingeschmissen habe Google weiß alles Also wir haben es ein bisschen gelesen Um an die Energiezelle ranzukommen Muss ich Biomasse herstellen Was ist Biomasse? Was soll das? Wow Jetzt kann ich das reparieren, oder? Wieso nicht? Check gar nichts, man Ja, aber was ist Biomasse, man? Wo stelle ich denn jetzt Biomasse her? Heißt Biomasse Ich soll hier so Seeds reinschmeißen, oder wie? Man, ist doch alles so schlecht erklärt, man Ähm, ich finde Ja, Knochen Oh mein Gott Er hat gesagt Um Biomasse heißt Ich muss mal Knochen benutzen Danke Okay, ich brauche nicht mehr zu hören Jetzt stopp mal Hier passt was nicht Ah, hier, doch Biomasse Die Biomasse habe ich aber Ja, doch, doch, doch Das heißt Das ist, äh Take all Kann ich nicht Ein bisschen scheiße gelaufen jetzt Aber jetzt habe ich die Power Cell freigeschalten Und die gibt es hier Und dafür brauche ich Glas Das heißt Ich muss ganz schnell Wieder hier Glas rein Zum Schmelzen reinschmeißen Da brauche ich dann jetzt doch mehr davon Ich muss dann also auch wieder Äh Demnächst in die Wüstenhülle gehen Um Wieder Glas sammeln zu können Und ich habe auch gesehen Es macht Sinn Mehrere davon hinzustellen Weil es dauert zu lange Ich nehme mal hier davon noch ein Stack her Und ich schmeiße die hier auch rein Weißt du Das dauert so lang Alter What the f- Weil ich brauche 50 Biomasse Und 6 Glas Und ich habe jetzt 3 Ich habe 2 aus einem Knochen bekommen Das heißt Ich brauche 25 Knochen 1, 2, 3, 4, 5 Das sind 10 20 Und ich glaube 3 Minuten Oder länger dauert das jetzt Bis das durch ist Und wenn Oh man Am besten brauche ich noch einen dritten Weil dann kann ich Passt da Hier einer hin Jawohl Da passt noch einer hin So Und die schmeißen wir dann jetzt hier rein Damit es sich so aufteilt Dass ich halt Immer wenigstens Wenn ich einmal Knochen reingeworfen habe Direkt Nachdem die Zeit abgelaufen ist Ich neue 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 Jetzt hängt mein Gehirn schon wieder Neues Benzin halt machen kann Weil Man sieht ja Das ist halt ein bisschen blöd Aber So wisst ihr jetzt auf jeden Fall Wie man Energiezellen herstellt Beziehungsweise Benzin für die Autos Indem ihr einfach Knochen hier In den Komposter reinschmeißt Komposter super billig Kostet Planks Soils Sand Und Fels Leise Also Auf deutsch heißt es alles anders Also auch im großen und ganzen Bretter Erde Sand Und scheiße Und daraus bekommt ihr Also wirklich Zwei Pro Knochen An Biomasse Biomasse Hier dann in Die Werkbank Mit Glas In der Powerzelle machen Und ich Man braucht glaube ich Ein oder zwei Powerzellen Pro Auto Ja man braucht zwei Powerzellen Pro Auto So Ich nehme auf jeden Fall mal Das Glas mit Naja wäre schon ein Problem Ich habe nämlich ein Glas zu wenig Um zwei Energiezellen zu machen Guck mal ich habe ja hier noch ein bisschen Zeit Und selbst wenn ich nicht direkt da bin Ist das halb so wild Ich laufe mal ein bisschen durch die Gegend Und suche Bots Weil die droppen ab und an auch Glas Was jetzt halt super geil wäre für mich Dann müsste ich jetzt nicht extra in der Wüstenhöhle gehen Um Brightcore zu holen Ah Brightcore ist einfach das Das ist wirklich das Goldchen im Game Das ist nicht normal Ja für gewöhn Ah guck da vorne Ich wollte gerade sagen Für gewöhnlich würde ich ja ein Lagerfeuer sehen Wieder Oh je Das war ja krass Wie der Rauch aufsteigt Aber im Dunkeln ist es ja schwer Rauch aufsteigen zu sehen Aber da fällt umso besser Licht zu sehen So dann gehen wir jetzt da rüber Kleppen die ganz kurz Holen von denen Ich brauche ja nur ein Glas Also mehr ist es ja nicht Das wäre ja schon Da wäre mir schon geholfen damit Ja guck mal Die Lebensanzeige wurde ein bisschen angepasst Jawohl Glas Sehr schön Dann nehme ich hier noch die Skelette Mal ganz kurz noch mit Und dann ziehe ich weiter Ah es ist jedem Skeletten der zu rennen Wäre auch blöd Ich renne jetzt in Richtung Richtung Heimat Die ganzen Skelette Die mir auf dem Weg Noch über Oh mein Gott Hallo Hilfe Kann mit mir jemand einen Deutschkurs besuchen gehen Ich kann nicht mehr reden What the fuck Die ganzen Skeletten Die mir über den Weg laufen Während ich nach Hause laufe Die nehme ich natürlich mit Weil ich meine Die Knochen sind ja jetzt Sehr nice Aber eigentlich Guck mal Wenn ich jetzt zu Hause ankomme Da bin ich auf jeden Fall genug Also auf jeden Fall genug Ich weiß Biomasse Weil ich war jetzt schon Ein gutes Stück weit weg Und dann kann ich noch mal Starten Guck mal Ich hab hier Oh mein Gott Was ist denn heute los Hallo Alter was ist denn los Bei Der ganzen Menge an Knochen Die ich jetzt gesammelt hab Wollte ich das überhaupt sagen Ich hab keine Ahnung Alter Kann ich direkt nochmal Ein Ein Energie Energizer Oder einfach Benzin Wie ich es jetzt nenne Machen Jawoll Ah ich bekomme Oh nein Ich bekomme dadurch Trotzdem noch Hä wo ist meine Biomasse hin Ah die ist noch hier Warum kann ich die aber nicht stacken Doch So und hier die anderen 25 rein Und jetzt kann ich hier Eine Powerzelle machen Ja eine Powerzelle hab ich auf jeden Fall Uh ich hab noch was freigeschalten Uh Neuen Motor Neue Räder Neue Karosserie Ah jetzt hab ich das Quad freigeschalten erst Okay Okay Die ganzen Krassen Also ich muss sagen Das bockt schon heftig Das alles zu bauen Den LKW werde ich irgendwann mal auch noch bauen müssen Und wie genau mache ich da jetzt die Powerzelle rein Place them inside the power center to provide Ah Okay Okay Kann ich mit einer schon fahren Geht das? Ja Das geht Okay Was ist R? R ist nichts F Auch nicht C Ist auch nichts Okay Wir fahren Okay So schnell ist es jetzt auch nicht Muss ich ehrlich sagen Ich darf gedacht haben Wir fahren jetzt so richtig schnell Dafür brauchen wir Weil so wie es aussieht Das Quad Um noch schneller zu fahren Aber ey Man kann es nicht beschweren Wir haben auf jeden Fall ein Auto Das ist schon mal was richtig geiles Boah Wir kommen kaum vom Fleck Ey Hei Komm Wir sind so weit gelaufen Für das Glas Wird noch einfach hierher kommen können Achtung Boom Danke Aber was kann ich denn jetzt hier Tunen? Ich kann doch du das vielleicht Aber warum nicht? Oder ich glaube ich weiß warum nicht Ich glaube ich brauche halt tatsächlich Dieses Äh Diese Diesen Wagenheber Und er lächelt jetzt voll Ich glaube ich brauche tatsächlich Den Wagenheber Was kann ich lieber fahren? Ne das geht gar nicht Zu nett das Spiel Zu nett Ich brauche einen Wagenheber Um den hochheben zu können Und dann kann ich bestimmt erst dann Irgendwas tunen mäßig Aber ich muss auf jeden Fall sagen Auto Super geil Super super geil Ach ja guck mal Das Licht bringt ja tatsächlich Ein bisschen was Ist zwar jetzt nicht sonderlich die Welt Aber Ja aber guck mal Das verballert Wow Schon ganz schön ordentlich An An Äh Hier ne Energie Das Das bisschen fahren Den hier Oder den hier Ich denke mal Der hier reicht Vier wurden rot Hab ich Junge Laura Also wenn Laura Vielleicht noch eine Nachricht schreibt Dann gibt es Dann gibt es Ärger Laura Oh mein Gott Ich habe es gerade noch erwähnt Man Frechheit Eine Frechheit Wo ist denn der Typ Der wo mir mein Holzduff macht Was ist denn das Junge Wer hat sich da niedergelassen Neben mir Hä Ne das ist ein Steg Ein kaputter Zum Angeln Das ist ja lustig Dass sie das genau Neben mir gebaut haben Das ist geil Da Junge Dass du noch nicht ertrunken bist Wundert mich Wir probieren das Ganze noch einmal Und dann würde ich sagen Beenden wir die Folge Okay Das ist nicht so einfach Heißt das Weil ich meine Ich kann den jetzt nicht da so hinstellen Ja Mich draufsetzen Und dann hochfahren Einfach Das funktioniert ja so nicht Das bedeutet Ich muss mir eine Werkstatt bauen Das heißt In der nächsten Folge Bauen wir uns eine Werkstatt Und die wird auch Irgendwo hier draußen Äh Gebaut Ich denke Ich baue sie direkt hier hin Ah Vielleicht ist das ein bisschen zu wenig Platz für eine Werkstatt Ich Muss halt eine ganz große Werkstatt bauen Dass dann auch Später Den Den LKW Den ich vorab zu bauen Dass der halt da auch drauf passt Deswegen Mal gucken Mal gucken Ich meine ich habe hier noch Super viel Platz Äh Ich baue ja hier nur noch Einen Bauernhof hin Für die Kühe dann später Falls dann irgendwann mal Die Tiere nicht die spawnen Dann habe ich ja schon mal einen Ach verdammt Aber ansonsten Brauche ich dann hier Denke ich die Werkstatt Auch direkt neben der Straße Das macht für mich Sinn Wenn euch die Folge gefallen hat Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben Da Wenn ihr nicht verpassen wollt Wie ich Die Werkstatt bauen In der nächsten Folge Dann abonniert unbedingt diesen Kanal Und aktiviert die Glocke Falls ihr eine Folge schon verpasst habt Dann gibt es jetzt hier Über mir die Playlist Da könnt ihr von Folge 1 Bis zur aktuellen Folge Jeden Schritt Und alles anschauen Was wir gemacht haben Schaut da unbedingt rein Äh Nicht erschrecken Die ersten paar Folgen sind super Super strange Aber äh Sind trotzdem wichtig Für Um zu verstehen Warum ich Jetzt auch hier geblieben bin In dem Dorf hier Ich meine Ich habe da vorne Mein Aufzug Mein Flugzeug Jetzt haben wir Autos Auf Bauernhof Die ganze Base hier Und jetzt ziehe ich immer mehr Um die Base drum herum Um meine Base einfach immer Und immer größer zu machen Deswegen lasst unbedingt einen Daumen nach oben Da und begleitet mich Bei meinem Weg Falls ihr mich mal live erwischen wollt Dann gibt es hier über mir Hinter mir Sorry Mein Twitch-Namen Oder in der Videobeschreibung Verlinkt Einfach einmal draufdrücken Da auch die Ein Follow da lassen Und die Glocke aktivieren Damit ihr auch immer eine Benachrichtigung bekommt Wenn ich dann mal live gegangen bin Und dann würde ich sagen Ich wünsche euch noch Wunderschönen guten Morgen Guten Mittag Oder einen wunderschönen guten Abend Je nachdem Wenn du die Folge gesehen hast Und dann sehen wir uns Im nächsten Video Oder im nächsten Stream wieder Ciao, ciao